ARD Text im Auftrag von Funk Oh Der kam im Übrigen aus deiner Richtung, ich bring ihn dir gern zurück Okay, er ist mir so entflohnt Ich wollte eigentlich nach bestimmten Blumen suchen Ja, das hat sich dann erst einmal erledigt Äh, was hast du denn mit denen gemacht, die hier alle verbrannt sind Oder die wir hier hingelegt haben Wie hier hingelegt? Haben doch nur... Die, die wir am Wasser gekillt hatten, es waren noch zwei Stück Hast du die schon verbrannt? Hast du die nicht nur da hingelegt? Ja, die sind weg Oh Das sind jetzt hier die weiß-grauen Die hier liegen Ich wollte mir gerade Rüstung machen Na ja So, dann baue ich fest in eine Nummer weiter Wer macht das? Damit der Blumensammler Ike nicht gestört wird So, ne, ich wollte den Hasenkäfig hier Hasenkäfig Du weißt schon was Das Hasenfanggerät Falle Das hört sich halt einfach nur geil an Das Hasenfanggerät Jo Jetzt müssen wir den anderen O beibringen Ne, 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 die, die lernen schön Falle Oh, Falle Ich brauche noch zwölf Stücke Ich habe neun Ich brauche aber zwölf Es wird, glaube ich, wieder nachts so ein bisschen Das täuscht Du wirst nur müde Boah Ich fälle Bäume Dann mach das Dann mach das Ich baue Hasenfanggeräte Es ist fallen Es ist fallen Was, du bist hingefallen? Ja, ich bin hingefallen Aber warte mal, wenn jetzt schon die Grauen kommen Oh, ne, dann kommen die Mutanten ja auch bei Zeit, ne Aber so schnell Aber baue schneller, los, zack, zack Was soll das denn? Nächste Ich kümmere mich um Nahrung Mit den Hasenfanggeräten Und du legst dich hier auf die faule Haut Was? Das sieht immer noch so aus, wie wo wir gestrandet sind Was soll das denn heißen? Keine Ahnung Keine Ahnung Ich fälle mit meinem, äh Axt, äh Fällergerät Für Bäume Ja Mit deinem Axtfällergerät Ja, ja Baumfällergerät dann wohl eher Ja Melvin, Melvin, Melvin Melvin Oh Er hat den nur fertig gemacht Naja, wenn die anderen da sind, dann machen wir die erstmal fertig Naja Aber du hast recht, es wird wirklich dunkel Ne Weiß nicht, was du meinst Ok, dann lassen wir das so Ja Ich fälle sogar mit einer Hand den Baum So, wenn das nicht schon genug ist, dann weiß ich auch nicht Oh, das ist sogar ein großer Baum hier Kann man hier was anbauen? Das wäre jetzt nicht schlecht Und es geht tatsächlich Boah Ist zwar dann ein bisschen hoch, aber gut Ach da hinten Na ja, so hier an der Ecke noch so ein Ausguck ist halt nicht schlecht Aber ich such grad den Baumstamm, der weggeflutscht ist So, gleich 22 Uhr Äh, nein 23 Uhr Oh stimmt Kann ich verlesen Ja Uff Mir wird kalt Mir auch Oh shit Ich wär mich auf Jaaaa Das möchte ich auch mal machen Mh mh Meins Ich hab keine Kiesel Ich komm nicht zu dir ans Feuer, ich wollte mir ne Fackel anmachen Ich kann halt keine Bäume fällen mit ner Fackel Ich hab's noch nie versucht Wer auf dem Server gesprächert Ich würde jetzt lachen, wenn die Mauer abbrennt. Guck mal. Warum kann ich nicht so einen großen Stein nehmen und einfach so machen? Weil du nicht mal so treffen tust. Aua, Aua. Das. Ja. Ne. Melvin, weißt du was? Ich hol dir mal ein paar Freunde her. Was? Nein. Doch. Seid herzlich willkommen. Scheiße. Was ist denn? Da fische hoch. Hier war halt wirklich einer davor. Schön Ike. Danke für die ganzen Haufen Freunde. Ah, ich mache das Tor wieder zu. Aber ich komme trotzdem mit hoch. Wow. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich das mache? Und wir wünschen wieder kalt. Ups. Oh. Ja. Ich traue dem ganzen Frieden hier einfach nicht. Ich auch nicht. Das ist bald nicht mehr. Ich werde irre. Ich bin unbedingt mit der Mauer fertig. Weil ich habe keinen Bock, dass hier irgendwann die dicken Klopse ankommen. Ja. 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 Das ist dann aber was anderes. Das ist dann ein Feature. Ein Bonus. Ich muss gleich eh öff. Leider Ja Ja die Vorherige Folge werde ich mittendrin cutten Und dann mit der hier zusammenfügen Weil die fast 20 Wochen gingen Waschbär! Waschbär! Meine Ey Ey Warum? Wenn jetzt mal was Guck Loll Du hast nicht eigentlich immer ein Watschbär in Hä? Das färbel mich jetzt Ja nicht nur dich Ach jetzt Liegst du Das Achso Äh Das ist aber interessant Das hier so ne Geht Aber den hängen wir jetzt hier auf Einfach so Ich hab gedacht das gibt's noch im Schneegebiet Äh ne Waschbären gibt's eigentlich überall da Wo Wasser ist Waschbär Hey Na gut dann Spare ich euch nochmal schnell Äh mach ich jetzt auch Waschbär 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 Waschbär